so einen wunderschönen guten späten nachmittag der match und willkommen zu aber ich möchte dann auch einige lootboxen fahren und deshalb spielen jetzt auch wenn das eigentlich anders geplant wäre und ich gestern eigentlich was anderes spielen wollte kann mich leider nicht so schlimm aber es ist so wir machen mal klassisch weil das mit dem schatten gestalten ist einfach nur überscheuert ein schuss ein mimo milch mimo milch was ok ich bräuchte echt mal mehr ermotes für würde da haben wir schon ein match gefunden neus schon wieder da ok alles klar ich komme wirst du mich verarschen der eine sieht man hat schon den neuen skin hatte ich auch gerne mal wer ist denn gode ok ok wow ich bekomme 400 erfahrungen nur weil ich ersatzspieler war krass und gar nichts machen konnte bitte gib mir jetzt ein match wo ich was machen kann ich würde sehr begrüßen ein schuss ein treffel salut ok 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 sind wir angriff verziehen sie verteidigungsstellung wählen sie ihren helden verteidigung auch gut auch gut ein reinhard sehr schön ein schuss ein treffer der werf hotel kann ich jetzt ihr mit meinen apm mithalten könnt hallo ja die anderen zwei haben immer noch nichts äh ausgesucht 5 3 3 2 1 angreifer nähern sich verteidigen sie zielpunkt a mein netz ist gesperrt mein netz ist gesperrt mein netz ist gesperrt geladen können die anderen zwei oder mal was rauspicken ich glaube die fliegen raus ey super 100 ja würde mich jetzt nicht wundern wenn wir das zielpunkt jetzt äh instant verlieren für die Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, ich muss die Wörter ausschalten Bob, tu doch was Vor mir kann sich niemand verstecken Hat das wehgetan? Ich habe dich weit gefunden Kommt rein und stellt euch Das macht der Reaper Wir sind die Crusader! Ergeben Sie sich! Das Sinister ist eng Unsere Allianz ist hinfällig Durchschreitet schlusslich Missed Das ist ein Das ist ein Vor mir kann sich niemand verstecken. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Ja, das war's. Sehr schön. Highlight des Spiels. War das jetzt am Ende? Ja. Sehr schön. Ja, okay, ich hab auch einen Lörp bekommen, wie schön. Todesstöße 12, wow. Kritischer Treffer im Schaufschützen im Modus 5. Ich bin nur einmal verrückt. Naja. Der Reaper war jetzt auch gerade nicht wirklich gut. Von denen. Allgemein, irgendwie waren die ziemlich, äh, schwach, aber, äh, was genau hat mich da jetzt getötet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, aber direkt am Anfang von irgendwas. Äh, Chunkert. Chunkert hat mich da, glaube ich, getötet. Ja, ist klar. Nur der DSA, okay, alles klar. Ein Schuss, ein Treffer. Was würde unser Vater denken, wenn er erzählen könnte, was auch für mich geworden ist, die Röder. Es ist schwer zu sagen, von wem er mehr enttäuscht wird. Das bringe ich zu Ende. Vorrang auf für meine Horror-Show. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 1, nehmen Sie den Zielpunkt ein. Oh, der Zielpunkt ist jetzt aktiv. Oh, der Zielpunkt ist jetzt aktiv. Oh, der Zielpunkt ist es einfach zu glauben. Und dann noch etwas También kam. Oh, der Zielpunkt ist echt draw, so lasst man sich die Röder nicht ganz dabei. Die Röder ist irgendwie nicht so aktuell auch. Oh, der Zielpunkt ist eine Röder nicht levant. Welchen TR Albay"? Das ist das nicht so ähnliches. Oh, der Seebelpunkt ist alles. Mist! Ich habe den Visier. Hat das weh getan? Hattest du auch gerade ein Deja-Ve? Vor mir kann sich niemand verstecken. Eine Legende liegt im Schlag. Jetzt gibt's die volle Lado. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Heute, sind wir los, Alter. Ach, verdammt, ey! Wenn ich ihn jetzt treffen konnte, ey! Wird er war da richtig scheiße. Hä, warum redet er jetzt hier Englisch? Das war's jetzt. Mach's gut! Oh! Wir haben alle hier! 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 Zuhause schon! Krass! Ja! Ja! Daz! Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Seht, was unsichtbar ist. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Taktische Notwendigkeit Ach komm, das gibt's doch nicht Ja genau, der einer hat das Match verlassen Wow Ja, ist eh schon vorbei, wow Das war schwach von uns jetzt Genau Ich hab dich im Visier Es gibt nur eine Geschwindigkeit Meine Krass Das war scheiße Ach, ja Pfff, zwei Browser und eine Goldteilung Krass Ja gut, weil keiner Halo gespielt hat Ist das it? Was ist das für ein Name? Könnte sich mein Handy mal aufladen, ey Das ist echt dann glaube ich An бат Angrund beim Lijan Tower Gemeinsam sind wir stark. Fiskund, привет. Howdy. Bestätigt. Barriere abzieht. Okay. Was doch mein, äh, Schild, alles klar. Hä, hätten wir nicht einen Hanser? Ich dachte, wir hätten eine Hanser. Zielfahrtschritt habe ich golden, okay. Hier kann sich niemand verstecken. Achso, das ist die erste, die erste Runde, genau. Haha, Übung macht den Meister. Läuft nicht wirklich. So, ich habe eine Nachricht bekommen. Erlebt die Wann. Punktes Stand. Null zu eins. Komm, mein Schild. Jeder Tod bedeutet Ehre. Dann spielen wir ja, Hanser. Nein, du fürchtest das Leben. Besiege deine Ängste, bevor sie dich besiegt. Vier, drei, zwei, eins und zwei. Der Merküer hat süßen Spruch. Bist du fertig, bist du fertig, bist du fertig? Drachengeist, du bist dran. Sie ist schaal angelaufen. Schaut mit den Augen. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Seht, was unsichtbar ist. Schaut mit ihm aus, gell. Oh, wow. Mist. Schaut mit den Augen des Drachen. Verlängerung. Ich entfessele den Sturm. Ich bin geheilt. Nicht bewegt. Ich bin so dumm, Tracer zu treffen. Ich bin so dumm, Tracer zu treffen. Du warst mir nie ebendlich. Jetzt bin ich ungesehen. Verdammt nochmal. Oh, Mann. Der Drache führt meine Knie. Scheiße, ey. Ach. Highlight des Spiels. Oh, yeah. Ist klar. Oh, nee. Help me in Cuttypie. Was ist das für ein Name? Okay. Oh, verdammt, ey. Zweimal Bronzer, einmal Gold. Warum geht das nur so schleichend dahin, ey? Das ist ja ekelhaft. Oh, Gott, ey. Ich überlege gerade ernsthaft. Äh, nicht auch Overwatch zu benden und was anderes zu spielen. Oh, ich hätte schon gerne irgendwie Scans. Ach, ja. Kann auch noch. Ich weiß es nicht, wie ich das jetzt mache. Ich glaube, es würde wenig Sinn machen, das jetzt noch weiter zu machen, wenn ich einfach ähm, keinen Spaß mehr habe. Ach, ja. Mal schauen. Unterwegs nach Havanna. Machen Sie sich bereit zum Anfang. Wählen Sie Ihren Helfer. Könnte mal irgendwas vernünftiges aus der Loopbox kommen? Das wäre was. Und ich denke, alleine macht das auch nur Sinn, Loopboxen zur Farme, ey. Weil du da ewig lang brauchst für eine neue Stufe. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Sieht so aus, als arbeiten wir wieder zusammen. Ich hoffe, diesmal läuft es besser als damals im Museum. Ach, die haben Soldier. Interessant. Und ne Wörter. Salut. 5, 4, 3, 2, 1, Angriff beginnt. Ich hoffe, ihr habt Eis mit mir dabei. Es portieren Sie die Quart zu Ihrem Ziel. Ach, das ist der Wörter. Wie konnte sich der jetzt? Ach so. Ach so. Ach so. Oh, war ich schlimm. Oh. Ein Scharfschützen. Ziele erfasst. Die Flache ist in Bewegung. Steht mir bei. Der Drache sieht euch. Ich lasse meinen Angriffswinkel an. Mobilität erhöhen. Ein Schlafen. Äußerst. Der Drache ist in Bewegung. Steht mir bei. Kann jemand die Fracht weiter bewegen? Der Drache ist in Bewegung. 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 Das sollten wir auch sagen. Der Drache ist in Bewegung. Die Fracht ist unterwegs zum Ziel. Wo war ich stehen geblieben? Wie geplant. Das gibt's doch nicht. Warum treffe ich den Hahn so nicht? Meine Verbindung scheint wieder rüpp zu sein. Dupliziere Wrecking Ball. Da bewege ich die Fracht. Oh die, ich höre. Oh die, ich höre. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR